Hallo aus Saalbach-Hinterglem in Österreich. Ich bin hier mit Kristin Eddis, die wird das erste Mal in ihrem Leben Ski fahren. Und wo könnte ich das besser machen als im größten Skigebiet von Österreich? Aber wir zeigen euch auch, was es hier sonst noch so gibt. Los geht's! Los geht's! Schauen wir doch mal, wie Kristin sich so schlägt. Ganz ordentlich. Das Tolle am Skifahren ist, dass wir auf diese schönen Berge kommen, mit dieser Aussicht. Nächster Programmpunkt ist... Nachtschlitten fahren. Eine Rutschpartie. Jetzt wird es lustig. Wir sind in Hochfilzen, eine Biathlon-Hochburg. Das müssen wir ausprobieren. Das ist Biathlon. Mir macht das Schießen am meisten Spaß. Das Geniale an diesen Sportarten ist, dass man sich sein Essen danach redlich verdient hat. Unser letzter Tag endet mit einer Paddelwanderung. Das war's aus Saalbach-Hinterglem.